Heit gegrüßt, liebe Zuschauer und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Eine weitere Folge BrickRicks. Sehr cool auf jeden Fall, dass ihr so fleißig immer reinschaltet. Und heute wollte ich mich mal wieder ein bisschen Feuerwehrfahrzeugen widmen. Ihr seht selbst, ich habe hier einige schon drin. Ich werde es ja mal wieder ein paar rausschmeißen. Ich glaube, wir gewinnen... Ich habe immer Sprachfehler in meinen Aufnahmen. Wir beginnen mal mit der Flughafenfeuerwehr. Also viel so ein Haar, aber halb so wild von Subtile. Und das ist auch ein sehr schönes Fahrzeug, wie ihr sehen könnt. Sieht recht simpel aus. Muss aber auch sagen, im echten Leben, so sehen die doch auch aus, oder nicht? Das parken wir mal aus, das Ding. Wir machen mal hier ein bisschen die Anzeige kleiner. Fährt auf jeden Fall sehr gut. Musst schon sagen, steht da nicht Airport Billand? Billand ist das irgendwie in England oder so? Ich glaube auch, dass die Kanone, die wir hier oben drauf haben, eher, ähm... Ja... Wir haben auf jeden Fall eine Kamera und warum zur Hölle... Ne, warte mal. Eigentlich müsste das gehen. Und wie kann ich die denn drehen? QE? Ne. Halt, nicht im Hieberfahren. Wieder einsteigen. Wir haben auf jeden Fall die Sirene an. Aber da oben seht ihr doch... Wartet mal hier. Man kann's, man kann's, man kann's drehen, das Ding, ne? Also hier ist nur irgendwie nicht verbunden. Zumindest nicht mit den Controllern. Oder zumindest nicht mit den Buttkeys dafür. Schönes, großes Ding hier auf jeden Fall. That's what she said, ne? Ralf. Du alter Schlawiner. Wir fahren mal ein bisschen durch die Gegend. Ups. Oh, shit. Oh. Aha. Oh. Das war natürlich so nicht geplant. Lass ich mal reparieren hier das Ding. Und zwar würde ich sagen, wir fahren mal in den Mixer da mit. Ich glaube, in der letzten Folge habe ich das die ganze Zeit vor. Ich hab's aber nie gemacht. Und einmal um die Ecke. Oh, okay. Alles klar. Er kippt. Er kippt. Er kippt. Es gab noch hier Backspace, glaube ich, war an der... Dann respawn man an der Garage. Okay. Das Fahrzeug ist von der Länge her cool. Sieht optisch auch gut aus. Das einzige Problem, was wir haben, ist zu schnell Kurven fahren. Und schon liegt das Ding flach. Ja, wer sich so ein Fahrzeug wünscht, ist hier pass auf. Kurve fahren. Und tschack. Na, wer sowas will, kann man machen. Ja, muss man nicht. So. Ab in den Mixer damit. Gucken, wie das aussieht. Rein damit die Ralf. F-Taste drücken. Slow-Mo. Tuck, 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 tuck mal gucken. Und was wird als erstes weggesäbelt? Es wird vorne direkt... Uh, das ganze Fahrhaus hat es schon rausgehauen. Ein bisschen schneller hier. Uh, oh, oh. Alles klar. Nice job, Ralf hier. Oder? Kann man mal sagen. Schön gemacht. Fliegt gut, der Stuff hier. Tuck, tuck, tuck. Weg hier. Einmal raus aus dem Mixer. Ralf, raus hier bitte. Aufpassen, wenn ich den Kopf anhau. Und alles klar. Wir sind raus. Wunderbar. Unser Lego-Mentchen hat es geschafft. Wir werden auf jeden Fall noch ein paar Standchen reinpacken. Dum, di, dum, di, dum. Hüpfen. Ganz fröhlich hier durch die Gegend. Da liegt übrigens der Motor. Dum, di, dum, di, dum, di, dum. Dieser Schaden. Gut, alles klar. War nett. Aber war jetzt auch nicht der Bringer. Was nehmen wir denn als nächstes? Wir haben noch weitere Feuerwehrfahrzeuge. Und zwar können wir den ja eigentlich schon mal rausschmeißen. Unsubscribe, genau. Weil wir ihn schon benutzt haben. Sollte ich dann ja auch bei den anderen Fahrzeugen machen. Wie zum Beispiel die von Verdeth. Ja, die Fahrzeuge. Sehr cool auf jeden Fall. Aber auch unsubscriben. Bei mir ist sonst viel, zu viel los. Ich habe hier nochmal einen HLF 20 vom TOPS genommen. Eine neue Version des ehemaligen Tanklischfahrzeuges. Umgebaut zu einem HLF 20. Ich wünsche viel Spaß. Damit lass mich unbedingt wissen, was du davon hältst. Das mache ich gerne. Ich kenne meinen TLF 3000 noch gar nicht. Dann suche ich einen Wordshop. Kann ich nur empfehlen. Die Sachen von TOPSO, EDF TOPS. Wirklich cooler Stuff. Also da mal reingucken. So sieht das Feuerwehrfahrzeug aus. Auch wirklich schön. Was mich hier wirklich überzeugt hat, war diese Schlauchspule. Müsste das sein. Hier hinten dran. Fand ich richtig nice. Hat mir richtig gut gefallen. Und das Fahrzeug ist super kompakt. Gefällt mir auch gut. Also mehr bitte von diesen Fahrzeugen. Das ist wirklich ein Hybrid Count. Das Fahrzeug hat einen Hybrid Count. Sieht gar nicht so aus, oder? Okay, okay Leute. Dann fahren wir ein bisschen rum. Sirene lassen wir aus. Gucken wir mal. Normale Lichter haben wir hier. Rückleuchten. Okay, kein Rückwärtsgang. Ich habe das mal bei meinem Polizeifahrzeug so gemacht. Wenn man Rückwärts fährt, dann leuchten auch die Rückwärtslampe. Wobei, leuchtet hier was? Ne, leuchtet nichts. Doch, es leuchtet. Diese kleine Lampe. Oh, da seht ihr es. Mein Fehler, da leuchtet sie. Auch schön. Schön, dass man auf solche Details achtet, finde ich. Das hier ist natürlich unser Warnblinker. Mal gucken, ob wir noch was haben. Ja, wir haben noch, glaube ich... Ne, das hier ist der Warnblinker. Entschuldigung. Das ist natürlich nicht der Warnblinker gewesen. Und das hier ist unsere Code 3, kann ich nur sagen. Aus LSPDVA-Anlage. Entbrennt, Leute! Raus mit deinem guten Ding hier. Ich frage mich gerade, können wir irgendwas hier machen, außer damit rumfahren? Nein. Handbrennze. Sehr gutes Fahrverhalten. Ups. Schrecklich, oder? Wenn er rein, wenn er gegen die Wand fährt. Gefällt mir aber wirklich gut, die Kabel. Kurz wieder resetten das Ganze. Und ab in den Mixer damit. Wir wollen ja, wenn wir das Ding schon wegmixen, dann wenigstens wichtig. Ganz kurz hier von außen angucken. Hat was, oder? Finde ich schon schick. Also, keine Ahnung. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Schulnoten. Eins bis sechs. Was würdet ihr diesem Fahrzeug geben? Können wir auch gerne mal für die weiteren Folgen machen. Sollten wir sowieso mal so ein System einbauen, wo ihr einfach sagen könnt, Mensch, Ralf, das Fahrzeug bei Minute Doppelpunkt so und so. Hat mir richtig gut gefallen. Machen wir mal bitte eben eine Folge. Keine Ahnung. Lass uns nicht einfach einfallen. Wünsche und Vorschläge sind immer gerne gesehen. Das wisst ihr ja. Hopp. Alles klar. Ein bisschen schneller beschneunigen könnt ihr die Karre schon. Also das wäre schon ganz geil. Ah, jetzt bin ich mit der Kamera... Ja, okay. Stehen geblieben. So ein Fahren hier. Oh, ist die Kamera jetzt ein bisschen langsamer vielleicht zu mir. Auch schön, oder? Wie man hier so nebenher fahren kann. Mit einem Einsatz. Also wie im Film hier. Wie im Film. Ich will es nur, dass die Kamera immer nach oben fliegt. Halt. Hallo, Sieder. Hallo, Auto. Und er ritt in den Sonnenuntergang. Naja, es ist ja der Sonnenaufgang. Aber nein, ich will doch gleich dahinter fahren. Oh, guck mal. Wir haben auch so einen kleinen Wandscher. Wow, 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 wow. Okay, auf Gras. Auf Gras. Also jetzt hier Wiese. Nicht falsch verstehen, ja. Wow. Tschüss, Sound. Ist ja ganz schnell rumglitschen, der Wagen. So, einmal rein da bitte in die gute Stube. Gucken wir mal, wie es den vorne zerlegt. Ah, der Bounce ist schon mal gut hier drin. Gefällt ihm anscheinend sehr gut. Ah, schön. Ich bin mal still und genieße. Fanny, oder? Ich glaube jetzt aber, jetzt stecken wir irgendwie fest hier. Oh, shit. Jetzt ist wieder irgendwas passiert. Jetzt hat es ihn komplett zerlegt. Alles klar. Wo bin ich überhaupt? Oh, die shit. Oh, guck mal hier unten drin ist ja so ein Aufwandbecken. Sieht ihr? Ach, so. Ah, so. Guck mal, ist ja witzig. Da liegen die ganzen Teile von unserem Fahrzeug. Muss ich auch noch nicht. So, einfach raus hier. Aua, 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 aua. Das tut weh, das tut weh, das tut weh. Weg, 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 weg. Ich will hier raus, raus, raus. Lass mich gerade. Ich komme hier nicht raus. Okay, wir porten uns mal kurz woanders hin. Und zwar zu den Oldschool-Mixern. Ein Fahrzeug können wir auf jeden Fall noch ausprobieren. Und zwar noch ein Feuerwehrfahrzeug. War auf jeden Fall sehr schön hier. Hat mir gut gefallen. Ich weiß nicht, hatte ich den hier schon? Vom Fluppy. Ach so, Fluppy ist natürlich der Ersteller von dem Buch. Guck mal, Motorbike. Ne, nehmen wir das nächste Mal. Ich glaube, die Drehleiter habe ich schon in der Folge genommen. Der TLF 3000 ist der, von dem ich gerade erzählt habe. Und den ansubscriben wir mal auch. Wenn ihr irgendwelche Fahrzeuge seht, der sagt mir auf jeden Fall. Schreibt mir in den Kommentaren. Du, Ralf, hier, Zugkraftwagen 18, voll geil. Will ich mal sehen, Leute, den golden Nismo hier. Nehmen wir hier den mit. Hier, der Policeman sah ganz cool aus. Von wem war der denn? Von Scy... 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 Seth? Keine Ahnung. Ich glaube, so spricht man den aus. Der hat mir gut gefallen. Der hat mich auch an mein Fahrzeug ein bisschen erinnert. Ich würde sagen, wir nehmen als Abschluss, nehmen wir mal dieses Polizeiauto hier. Auch diesen Motor. Gucken hier. Kuh hat er nicht. Haar, Lichter, alles klar. Das ist bei ihm die Anlage. Wir können das Ganze mal ein bisschen dunkler machen. So Dämmerung. Dann sieht man, die nicht da besser. Auch ganz schick, oder? Aber eigentlich gehört er sofort in den Schredder. Oh Gott, der kippt auch ein bisschen. Oh shit. Na toll. Komm, dann kommst du. Komm, dann kommst du hoch. Komm, dann kommst du hoch. Ah, mit Gewalt. Oh Gott, ey. Was für ein Aufwand, um beruhig zu fahren. Komm schon. Schneller. Schneller. Rein da. In den Schredder. Blinder. Und die gute Stücke online. Perfekt. Finde ich auch ernst, oder? Ich bleib jetzt hier wirklich hängen. So knapp vor dem Ziel. Kann ich da ein bisschen anschubsen? Ha. Ha. Alles klar, Leute. Wir brauchen ein neues Auto. Was können wir denn da nehmen, um das Fahrzeug da oben... Wow. Sie hat irgendwas weg kollidiert. Um das Fahrzeug da oben rein zu schubsen. Sagen wir, wir schnappen uns noch ein größer. Und wir schnappen uns irgendwas mit ein bisschen mehr Power. So, was haben wir denn da noch in der Garage? Helikopter ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ah, der Unimog. Der war gut. Der Unimog hat mir gut gefallen. Den haben wir bestimmt... Den bin ich mir ziemlich sicher. Den sind wir schon mal gefahren in der Wüste. Ah, der Unimog kommt da locker hoch. So, erstmal Licht anmachen. Ganz klar. Alles, was geht. Hauptsache es blinkt wie Chris Baum. Ah, Lenk ist nicht seine Stärke. Ah, warte mal. Das ganze Geblink genervt mich. Fährt die Nacht an und Licht anwarten. So, alles klar. So, dann langsam da mal hoch. Mal aufpassen, dass nicht immer hängen bleiben. Dann haben wir den Motorblock, fährt er easy drüber. So, und mit Schmack ist da rangefahren. Ha. Wow. Alles da. Ich würde mal... Wow. Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Sag mal, wir direkt explodiert. Okay. Good Job. Ich würde sagen, es haben wir gut gemacht. Unimog hat seinen Job gemacht. Ach komm, der muss jetzt auch noch einen. Tschüss Unimog. War schön mit dir. Oh. Nicht, dass er raus liegt hier, der Kumpel. Ne, der ist so schwer genug, ey. Habt einen schönen Backflip gemacht. Guck mal, jetzt rollt er hier runter. Aber gut gehalten, ey. Muss man ihm lassen, oder? Gut gehalten. Soll ich was sagen, dann gehen wir mal mit dem Kumpel in den Mixer. Einfach nur, weil er so fett ist. Schauen wir mal, ob ich hier voll aussteigen kann. In 3, 2, 1, jetzt. Yes, baby. Wir haben es geschafft. Okay, und das hat... What the fuck? Das ist einfach insidiskutiert. Die Leute, ich habe keine Ahnung. Ja, schon bevor er in diesen Mixer hier reingefallen ist, hat es ihn zerlegt. Keine Ahnung, wie wir das geschafft haben. Aber da ist er hin. Wow, shit. Alles da. Bin ich von dem Mixer gefallen. Keine gute Idee. Raus hier, raus hier, raus hier, Reif. Wo ist die Treppe? Okay, ich glaube, ich glaube, mein Männchen bleibt hier drin. Da ist er auch schön warm. Und da passiert uns nichts. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst es mich bitte wissen. Schreibt es mir in die Kommentare. Ein Like ist immer gerne gesehen. Und wer denkt, hey, cooler Typ, man den abonniere ich, macht es doch bitte. Kostet ja nichts. Danke fürs reingucken. Ich bin draußen. Das war BrickRicks mit mir, mit dem Ralf. Tschau, Leute. Tschau, Leute. Tschau, Leute. Es macht mich aus.